Das waren die Rechnungen für unsere Darts Trikots hier. Also ich spiele schon seit über 25 Jahren schon Darts. Wir haben zweimal in der Woche Training, Montags und Donnerstags und Samstags dann immer Liga spielen. Was mich am Darts spielen so fasziniert, ich bin eigentlich für mich selber verantwortlich. Ich bin für das, was ich spiele, für das, was ich erreiche, bin ich selber verantwortlich. Das kann mir niemand anders etwas beeinflussen, sondern das ist mein Spiel. Und wenn es mir gut läuft, dann habe ich einen guten Tag gehabt und ich bin nett, dann war es nicht mein Tag. Aber ich bin für mich selber verantwortlich. Das ist das Schöne daran. Vielen Dank, die neue 107,7, dass ihr unsere Darts Trikots bezahlt habt. Vielen Dank. Die neue 107,7!